Wir spielen jetzt das Spiel Schiffe versenken. Beim Schiffe versenken gibt es ganz viel Schiffe. Ihr seht, Schiffe haben alle einen Reifen. Den haben wir um den Körper. Und wir haben zwei Piraten, die haben eine Kanone. Und immer, wenn die Piraten es schaffen, mit der Kanone in den Reifen auf das Schiff zu werfen, tauschen die Rollen. Das heißt, das Schiff wird ein Pirat und der Pirat wird ein? Schiff. Schiff. Ja, super Schiffe. Weiter geht's. Wir müssen aufpassen, dass die Piraten nicht schnappen. Da kommt wieder einer angelaufen. Nö, 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 nö. Vierer Schiff. Ah! Jawoll! Malzsu! Malzsu! Vierer Schiff. Vierer Schiff. Vielen Dank.